Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Dann hau ich dir volles Pfund auf. Und, äh, weiter rennen. Und da sind sogar noch Wege, wenn ich das richtig sehe. Dann können wir da nachher noch langfahren. Ähm, aber jetzt gehen wir zuerst mal hier hoch, weil jetzt kommen wir ja weiter hier. An dieser Stelle. Komm, ich speichere auch gerade mal schnell. Wir müssen sowieso auf den Dingens warten. Und, ähm, jo, dann können wir jetzt endlich diese Kiste verschieben, da hinten in dem Raum. Hier war diese Kiste, die Jade nicht allein... Oh, wieso mach ich immer die Kamera an? Die Jade nicht allein gepackt hat. Und, Superaktion. Oh, cool, der kann die Dinger kaputt machen. Und, zack, damit wären... Der, wären diese beiden Dinger kaputt. Sehr cool. Das wusste ich nicht. Durch Zufall jetzt herausgefunden machen wir die, die, die Viecher hier noch platt. Und dann... Dann kommen wir auch hier in den Raum wieder. Da waren wir ja schon. Ah, da können wir hier noch die Ratte abschießen. Das gibt noch Kristalle oder... Ja, was auch immer. So. Und jetzt... Kommt da. Ja, und zitiert wieder irgend so einen Müll, den kein... Das kein Schwein wissen will. So, da schieben wir bis ganz hinten hin, oder was? Jo, scheinbar schon. Ähm, nee, nicht schieben. Das schaffe ich nie allein. So. Er springt wieder runter. So. Und wir springen hier hoch und rennen weiter. Mal gucken, wo's... Na, da geht's doch gar nicht weiter. Können wir hier hoch? Nee, da können wir auch nicht drauf. Hier können wir auch nicht drauf. Hä? Ah, hier ist noch was. Da können wir dann bestimmt... Nee, hier können wir auch nur... Das sind so Repariersachen für den Hovercraft. Aber wir brauchen ja jetzt eigentlich... Da ist dein Weg, da oben. Ja, super. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Vielleicht kann ich ihn hier abschießen. Nee, bringt auch nix. Ähm, ja gut. Hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir auch wieder zurück. Und... Ja, keine Ahnung. Dann fahren wir einfach mit dem Hovercraft, ähm... Den Weg lang, den wir dann noch fahren können. Da war ja noch irgendwas. Oh, die Viecher hier sind wieder zurück. Ja, die mache ich jetzt aber nicht wieder alle Blatt. Das ist unnötig. Bringt dat, wenn wir hier... Nee, bringt nix, wenn wir dat drücken. So. So. Also, dann fahren wir jetzt mit dem Hovercraft diesen Weg hier entlang. Der hier noch ist. Jetzt muss der Typ noch reinspringen. So. Aha, hier geht's lang. Wo geht's da hin? Innere Gräben, okay. Sag mal, hier machen wir direkt mal ein Foto von... Oh, haben wir schon, okay. Gut, dann gucken wir mal... Wo es hier hingeht. Hier müssen wir mal drüber springen. Da ist so eine Kiste. Ah, vielleicht können wir hier hin, oder? Ja, das ist die ganze Sache, sonst könnten wir hier hoch. Ja, tatsächlich. Das geht wirklich. Wow. Was haben wir jetzt hier? Ah, hier können wir andocken. Sehr cool. Und wo kommen wir jetzt hier hin? 35, was dat denn? Nordflügel, okay. Ah, wir können speichern. Das mache ich doch jetzt auch direkt mal. So, kurzer Cut. Aber jetzt geht's weiter. Oh, super. Hier geht's ja auch nicht weiter, oder was? Ja. Oder kommen wir hier hoch, ne? Wieso geht's denn hier auch nicht weiter? Das ist total bescheuert. Geht's hier noch? Da können wir vielleicht... Ah, hier können wir durch. Wir treffen uns später wieder. Wir treffen uns später wieder. Manchmal muss man das Team auflösen. Warte, wir müssen sich verarschen. Hier geht's ja schon wieder nicht weiter. Wer ist denn das da hinten? Das kommt von da drüben. Das kommt von da drüben. Ich hab dein Eindringling. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Aber ja, hier komm ich ja auch nicht weiter. Das bringt ja gar nix hier. Äh, also gehen wir hier wieder zurück. Und, äh, ja. Dann gehen wir ganz einfach... ...wieder in den Hovercraft. Und... ...fahren wieder hier runter. Ui! So. Äh, uh. Die kann man kaputt machen. Muss ich gar nicht... Zack, zack, zack. So. Was haben wir denn hier noch? Oh, da vorne ist so eine komische Drohne. Dann fahren wir mal vorbei. Das wird bestimmt besser sein. Da ist noch eine Kiste. Aber die geht, glaube ich, nicht kaputt. Ne, die geht nicht kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Dafür brauche ich jetzt aber diese Kiste. Und... Zack. Äh, jetzt muss ich die noch richtig ausrichten hier. So, Moment. Na, komm jetzt. So, jetzt haben wir da war. So, gut. Hochpass. Äh, wie kann ich da nochmal... Ah, gedrückt halten, ne? Ja. So, jetzt... ...so schließe ich die ab. Diese ganzen... ...Minen hier. Und wieso treffe ich keine? Gut, wo kommt ich? Wo verarscht? So, jetzt... ...schau wieder. Was ist denn das? Oh, komm. Ich fahre einfach vollspeed durch. So, da haben wir... ...reparieren wir eben einfach mal. Und hier können wir wieder andocken. Oh, und dieses Geräusch, das kam mir doch... ...das ist doch dieses Erfolgsgeräusch, oder? Wenn man irgendwas gut gemacht hat. Konto-Identifizierung. Okay. So, hier können wir uns direkt mal alles kaufen. Hau rein. Wir haben ja genug Geld, das kaufen wir uns auch noch. Für unseren schönen, ähm... ...Hommercraft. So. Und zurück. Und wo geht's hier jetzt hin? Hoffe ich mal, dass es hier wenigstens weiter geht. Ostflügel. So. Wo geht's... Was ist dat denn? Nichts Besonderes. Okay. Dat hier sollte er doch aufregen. Oh ja, hat er auch. Aber... ...nix aber. Hat alles super geklappt. Oh. Sehr schön. Ich find's jetzt grad komisch, dass wir hier einfach durchgehen können. Achso, können wir gar nicht. Das konnte nur er grad. Wie doof ist dat denn? Ähm... Hier können wir hoch, aber da kommt man nicht weiter. Da wäre... Oder können wir da weiter? Oh, tatsächlich. Aber... Moment. Halt. Nee, nicht gehen, du Idiot. Ich wollt hier noch gucken, was hier ist. Hier können wir doch bestimmt dat... Ah, gut. Er ist hier geblieben. Jetzt speichern wir mal schnell noch. Ähm... Und dann, da hinten war noch irgendwas, wo wir hingehen können. Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall richtig... Äh, du willst mich doch verarschen, oder? Achso, er muss dat Ding jetzt... Und wir essen mal grad wat. Und zwar hier so ein... Wo ist dat? Ah, hier. Das bringt ja volles Leben. Und hier können wir... Töte ihn hier mal, komm. Oh, dann geht dat gar net. Achso, nee, dat da wollt ich net. Oh. Hier drücken und dann... Achso, dann gehen die Laser hier gar nicht aus. Dann verschiebt's nur die Plattform. Okay, das bringt uns nix. Also, dann gehen wir hier weiter. Ich hier lang und er da... Den anderen Weg. Ah, okay, geht nur hier raus. Zack. So, und... Runterspringen. Das ist einfach hier... Ach, willst du denn? Spring doch mal runter. Ich glaub, geht los, ey. So, schnell zurück. Lass uns nicht nochmal hochspringen. Gut. Und wo geht's hier jetzt lang? Aha. Da ist ein Alpha. Und... Scheiße. Dann gehen wir schnell nochmal hier hoch, dass der uns nicht findet. So. Findet uns wirklich nicht, oder? Jetzt bringt er das Ding eiskalt hier oben rein. Verdammt. Oh, geh mir nicht auf den Keks, du Idiot. Alter, Falter. Ist er jetzt weg, endlich, der Idiot, oder was? Nee, da ist er immer noch. Jetzt ist er zurück an seinen Platz gegangen, endlich. Diese Kamera in diesem Spiel, die ist Wahnsinn. Hahaha, da haben wir ihn. Den hätten wir damit K.O. Und dann drücken wir doch jetzt mal auf den Schalter hier. Oh, jetzt ist er sogar ganz K.O. So. Damit haben wir die Tür hier geöffnet. Okay, das war jetzt auch nicht so sonderlich schwer. Es steht hier eine Wache. Nein, okay. 35, da waren wir doch. Da sind wir doch eben reingegangen. Da stand doch auch irgendwo 35. So, Boost bekommen wir hier, okay. Wo geht da lang? Ach so, da kommen wir nicht durch. Also, gehe ich nochmal stark davon aus, dass wir hier hoch müssen. Äh. Ist hier irgendwo einer, ne? Ah doch, da unten. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Vielen Dank.